Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zu FeldterrenTV. Morgen am 20.03. wird der nächste Montags-Stream stattfinden und das Ganze wieder zu gewohnter Zeit um 20 Uhr auf YouTube und auf Twitch. Und zudem möchte ich euch recht herzlich einladen. Auch schon wie in den letzten Wochen haben wir auch morgen wieder ein Spiel, welches mir vom Entwickler zugesandt wurde, damit wir das gemeinsam mal ausprobieren können. Dieses Mal handelt es sich um Other Side, ein Rundenstrategiespiel, welches durch seine düstere Atmosphäre bestechen soll und wir versuchen in diesem Spiel die Menschheit vor dem Abgrund zu bewahren. Denn Dämonen, Monster oder alles mögliche an Getier hat sich auf der Erde eingefunden und versucht die Menschheit auszulöschen. Ich bin sehr gespannt, was es mit diesem Spiel auf sich hat. Ich kann das nämlich noch gar nicht sagen, denn genau wie die letzten Male werde ich auch dieses Mal das Spiel mit euch zusammen antesten und wir werden uns dann gemeinsam ein Bild machen. Also Leute, morgen Abend 20 Uhr auf YouTube und auf Twitch am 20.03. also. Ich hoffe, ihr werdet zahlreich dabei sein. Ich freue mich drauf. Dann bis morgen Leute. Bleibt gesund. Euer Sammy. Ciao.